Alter, ich lass ihn jetzt auch direkt oder ich nehm noch die Jacke natürlich Jo, was geht ab Freunde? Heute machen wir den ultimativen Prank mit allem was dazugehört Wir haben hier Goldtaler von der Konkurrenzgutscheine, ne Menge an Kleingeld am Start und natürlich auch richtige Coupons, dass wir auch auf einen guten Wert kommen Wir werden jetzt die Kameras platzieren, fahren gleich da rein, bis gleich, tschau Wir kommen und gehen Alter, das ist mich doch wieder auf der Knurre Ja, erzähl mal Gönn schlägt auf den Kopf BABAM 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 Die Kameras sind super Freunde, wir werden jetzt kurz in deinen Laden gehen Wir werden den hochnehmen Prank, Prank Danach gibts ein bisschen Essen, zufrieden Voll zufrieden halt Schöner Tag, komm mal die Lüge mit dem bitte Ja Kein Problem Ich kann noch kurz widerstehen Für 13 Cent und Einzelnen 13 Cent und Einzelnen Gleichfalls Achso, ich bin da gar nicht dran Meine Bestellung Einmal den Coupon 120 und 211 Moment, 120 habe ich erstmal gehört 211 habe ich das Und die Nummer 100 100? Ja Mit dieser Mit dieser Kritz-Krabs Dankeschön Ja Vielen Dank Ja, hinter uns ist da auch schon der Nächste Der hat sich dann gleich richtig ab Abfacken Jetzt Du parkst da einen Behinderten Abfacken 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 Das ist dann nochmal Die Kirche Auf der Torte Allein Alleine Alleine So eine Scheiße reden Das sind auch schon eigentlich 500.726 Likes Jungs Mensch Gerscht nicht die ganzen Kommentare Die unzähligen Kommentare Unzählig, unzählig, Freunde. Auch beim letzten Video, Freunde, da bin ich wieder aus der Buchse gefallen. Schreibt doch einfach in die Kommentare, nochmal in die Kommentare, damit auch dann das Gewissen von uns... Endline Leben... Deich... Abonnant! Marika, was habt ihr bestellt? Ey, da krieg ich ja so ne Krawatte, wenn ich Leute vor mir hab, die lange brauchen, Alter, da krieg ich doch nichts, Alter. Jetzt geht's los, Alter. Geht los, Alter. Sag mir, vor oder zurück? Vor, 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 vor. Ja, so ist es gut, so ist top. Eigentlich kannst du den Motor ausmachen, ne? Eigentlich kannst du den Motor ausmachen. Rot. Was? Der Akku? Ja. Oder? Nein, nein. Nein, können wir jetzt nicht. So, 11,19 bitte. Äh... Hallo? Ah, nein. Äh... Ne, nein. Wir sind aber nicht an uns. Ja. Wir brauchen uns eine Menge zu geben. Bitte an Sie einen Pfarrer von. 11,19. Äh... Gilt der Kapong denn noch? Gilt der denn noch, dieser Gutschein? Was ist das denn? Gilt der nicht? Bei wo? Gilt der nicht mehr? Nein, können Sie jetzt bitte für die Woche hier zu stellen? Ja. Wenn es geht. Kein Problem, Ahmet. Äh... So, das sind zwei. So. Das ist ja nicht eher ernst. Das ist jetzt blöd. Ein bisschen zurücklehnen. Warte, den nehmen Sie nicht. Okay? Ja. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ähm... Ich weiß nicht. Kann man aufrunden auch? Nein, Moment mal. Oh, chillern kommt. Nein! Hier! Eins. Zwei. Fünf. Sechs. Sieben. Was kann der denn hier angenommen werden? Äh... Äh... Du musst das leider nicht so annehmen, wenn wir Hochbetrieb haben, Leute. Oh. Das ist ja noch okay. Das tut er dir leid. Die vier Euro. Was er mir geben wird. Mist. Acker geht's sonst? Guck mal da drauf. Hast du gezählt? Ja. Hast du vier Euro normal, dann nehmen wir das. Aber den Rest? Äh... Ja, ich weiß nicht. Ist das denn okay so? Nein, das ist nicht okay. Aber den Coupon nehmen Sie auch nicht mehr an? Verwirrt sein. Der Bezahler? Nicht? Ja... Shit. Ja... Ähm... Und wenn wir das... Sollen wir ganz schnell zählen? Vielleicht? Ganz schnell? Nein! Weißt du was hinter dir los? Seht du was da? Ja. Was hier drinnen los ist? Oh. Ich sollte gar nicht hier stehen, wo ich gerade stehen. Ja. Echt? Wenn man so die zwei Big Macks geben, dann wird das auch so... Ja, oder? Scheiss. Ja, dann müssen wir aber Richtigung machen. Ja, wir nehmen euch zwei Big Macks weg. Wutschein. Ah! 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 Okay. So. Oder... Ja, so, ne? Ui. Boah, gut, dass das jetzt geklappt hat noch. So. 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 Dann tust du jetzt hier rein jetzt, ne? Ich hab aber nicht schon einmal was gemacht, ne? Ja, das ist Scheiss, ey. Boah, hätt ich das früher gewusst. Mann. Da bin ich aber jetzt froh, dass das noch geklappt hat. Gut, dass das geklappt hat noch, ne? Ne, das sagst du nicht schon einmal was du machst. Verstehst du das? Ja, warte... Wenn du das nächste Mal nimmst, dann nehm ich dich nicht an. Ist das klar? Echt? Du, das hast du nicht voll gemacht. Ich merke. So, Freunde, wir haben jetzt hier alles bekommen. Kratz, Kratz, 87, Big Mac, Chicken, McNuggets. Wir haben alles bekommen, Freunde. Der McDonalds hat uns wieder zufriedengestellt. Wir haben leider nicht unsere Coupons, unsere Gutscheine und die Coupons von der Konkurrenz haben sie leider auch nicht angenommen. Das Kleingeld haben wir auch wieder zurück. Ja, was haben wir noch hier zu sagen? Ich würde sagen, das war's. Ihr habt jetzt genug gesehen. Jetzt wird erstmal gegessen. Peace, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Und warte mal, nicht vergessen, übrigens, Kommentare könnt ihr natürlich wie immer. Alles klar, Freunde. Alles klar. Wisst ihr, wisst ihr. Das brauchen wir euch doch nicht sagen. Geil. Wollen wir gar nichts zu erwähnen, Freunde. Wer weiß das so schön nicht. Ihr seid ja genauso fleißig wie wir, von daher. Genau das. So, Freunde. Liken, kommentieren, abonnieren, menstruieren, masturbieren. Alles kann man machen. Und tschüss, Freunde. Der sitzt eng, ne? Ja. So, jetzt fangen wir an, Mama. Ich weiß, dass ich hier einmal gesagt habe, aber... So, Marco. Fang an, Jun. Shane, hast du nächstes Jahr auch schon Urlaub geplant? Noch nicht. Nicht. Korrekt. Will ich das? Ich bin mir sicher, du möchtest das. Okay. Okay. Vielen Dank.